Auf meinem heutigen Weg ins Büro habe ich eine ehemalige Schulkollegin getroffen, die sehr gerne taucht. Ich habe mich sofort ablenken lassen, um mehr von ihrem letzten Tauchurlaub zu erfahren. Lassen Sie sich auch schnell und gerne ablenken, zum Beispiel wenn Sie digital lesen? Oder haben Sie bereits Strategien entwickelt, um Ihren Lesefluss von möglichen Störfaktoren freizuhalten? Und was sind denn eigentlich Störfaktoren und inwiefern haben Sie mit dem, was gutes digitales Lesen auszeichnet, zu tun? Naja, jedenfalls hat mir meine Kollegin von ihrem letzten Taucherlebnis erzählt und von der Faszination der unterschiedlichsten Höhen und Tiefen während eines Tauchgangs. Sie war auch total begeistert von der Anpassung an unterschiedlichste Umgebungen. Diese Anpassung hat mich an das Thema dieses Videos von Professorin Reichl erinnert. Und wieso das, fragen Sie sich? Professorin Reichl wird zeigen, dass ihre jeweilige Lesekompetenz mit Strategien, Zielen und der flexiblen Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Formate zu tun hat. Ich würde vereinfacht sagen, überlegen Sie einfach, was Taucherinnen und Leserinnen gemeinsam haben können. Haben Sie manchmal Probleme, einen Text konzentriert am Computer zu lesen? Ich erkläre Ihnen, warum und was Sie dagegen tun können. Wenn man weiß, wie sich Online-Lesen vom Lesen gedruckter Texte unterscheidet, kann man natürlich auch seine Online-Lesekompetenzen verbessern. Der erste Schritt ist zu entscheiden, ob Sie einen Text überhaupt online lesen wollen oder ob es sich um ein Textformat handelt, das sich in gedruckter Form sinnvoller lesen lässt. Zum Beispiel, wenn es sich um ein interaktives PDF handelt und einen komplexen wissenschaftlichen Text. Oft aber haben Sie hier keine Alternative und dann geht es darum, effizienter online zu lesen. Ein Kennzeichen des Online-Lesens ist ja, dass Sie sehr oft Ihren eigenen Leseweg bestimmen müssen. Wenn Sie ein Buch lesen, ist es meist ein relativ linearer Prozess, außer es handelt sich um ein Kochbuch oder ein Nachschlagewerk. Auf einer Website lesen Sie selten sehr lange linear von oben nach unten, sondern Sie springen über Hyperlinks zwischen Seiten hin und her, oft mit der Ergebnisliste Ihrer Suchmaschine als Sprungbrett. So entsteht der Gesamttext erst während des Lesens. Als Lesende entscheiden Sie, welchen Weg Sie gehen, wo Sie weiterlesen wollen und wann Sie damit fertig sind. Das heißt, dass das Lesen noch aktiver wird und auch ein selbstbestimmterer Prozess. Die Kehrseite dieser aktiven Rolle ist aber, dass weniger selbstständige Lesende hier Probleme bekommen, weil sie das Leseziel nicht im Auge behalten, sich am Überangebot an Information nicht zurechtfinden oder sich leicht ablenken lassen. Das Internet ist, wie Sie ja sicher auch schon erlebt haben, ein wunderbarer Ort, um sich im großen Stil zu verzetteln. Das erfordert einiges an Disziplin und auch an Kompetenzen und Erfahrung. Gegen die Ablenkungen beim Online-Lesen lässt sich aber etwas unternehmen. Diese Ablenkungen, ich habe es schon erwähnt, gehen von den Hyperlinks einerseits aus und von den unterschiedlichen Informationsmodi einer Website auf der anderen Seite. Aber auch von allen Prozessen, die auf dem Gerät, das Sie zum Lesen verwenden, im Hintergrund ablaufen. Ablenkung gibt es natürlich auch beim analogen Lesen, keine Frage. Aber nur die digitalen Störfaktoren kann man auch ausschalten. Ganz banal gesagt, wenn Sie konzentriert lesen wollen, schalten Sie einfach alles aus, was im Hintergrund läuft. Ihr E-Mail-Programm, die Social-Media-Benachrichtigungen und irgendwelche andere Push-Nachrichten. Verwenden Sie einen Adblocker, um nicht ständig von Werbung gestört zu werden. Wählen Sie die Suchmaschine aus, die Sie nicht mit gesponserten Links irreführt. Lassen Sie sich durch Informationen, wie interessant klingen, aber nicht gerade relevant sind für Ihr Leseziel, nicht ablenken. Wenn Sie auf einen interessanten Hyperlink kommen, öffnen Sie ihn schnell in einem neuen Tab oder in einem anderen Browserfenster, anstatt die Seite dafür zu verlassen, bevor Sie mit ihr fertig sind. Wenn Sie die Möglichkeit haben, ein PDF zu lesen, statt einer interaktiven Website, machen Sie das. Es wird immer wieder behauptet, die digitale Native Generation wäre so gut im Multitasken. Die schlechte Nachricht ist allerdings, niemand ist gut im Multitasken. Vielmehr sind manche besser im schnellen Task-Switchen, also das schnelle, abwechselnde und nicht gleichzeitige Durchführen von Handlungen. Und weil komplexe Texte ihre volle Aufmerksamkeit brauchen, stört das Task-Switchen beim Verständnis und bei der Konzentration. Sollten Sie Sorge haben, sich bei einem übergroßen Informationsangebot inhaltlich zu verlieren, dann halten Sie sich ganz eng an die Frage, die Sie beantworten wollen. Bei einer Seminararbeit zum Beispiel oder bei einem ähnlich langen Text hängen Sie sich Ihre Forschungsfragen in Ihre Gliederung über den Schreibtisch oder in die Nähe Ihres Arbeitsplatzes, sodass Sie immer vor Augen haben, was Ihr Leseziel ist und wo Sie hin müssen. Zusammengefasst kann man sagen, alles, was Sie davon ablenkt, einen Text konzentriert und ohne Ablenkung zu lesen, sollte deaktiviert werden, sodass dieser Text Ihre volle Aufmerksamkeit bekommt. Und bei komplexeren Inhalten, vielleicht greifen Sie ja doch zum Buch. Das kann ja auch ein E-Book sein. Einfach, weil Sie dann in längeren, kohärenten Texten die Zusammenhänge nicht selbst herstellen müssen und Sie dadurch vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können. Sie können sich auch ein Zeitlimit setzen, damit Sie nicht Gefahr laufen, sich ablenken zu lassen. Das sind jetzt Tipps fürs konzentrierte Lernen und Lesen, die Sie vielleicht in anderen Zusammenhängen in der Schule oder in Lernratgebern schon gehört haben. Es sind aber tatsächlich Ratschläge, die sich auf Forschungsergebnisse berufen können. Das waren jetzt Hinweise zum sinnerfassenden Lesen von Langtexten, zum tiefen Lesen, zum Deep Reading. Oft wollen Sie aber vielleicht gar nicht tief lesen, sondern einfach nur schnell nach Informationen suchen, um eine Ahnung von einem Thema zu bekommen. Ich habe ja schon erwähnt, dass das Lesen ein sehr diverser Vorgang ist, mit unterschiedlichen Stilen und Strategien, je nach Lesezielen. Eine Ausprägung des Online-Lesens ist ja das Orientierungslesen. Das ist dann kein tiefer, sinnerfassender Vorgang, sondern ein suchender Prozess, in dem unterschiedliche Informationsquellen schnell und relativ oberflächlich auf ihre Tauglichkeit überprüft und miteinander vernetzt werden. Das ist eine extrem wichtige Kompetenz beim Online-Lesen und sollte bei aller Begeisterung fürs konzentrierte Langtextlesen nicht als minderwertiger Lesestil betrachtet werden, sondern einfach als unterschiedliche Zielvorgabe. In allen Leseratgebern wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass das Leseziel für die Auswahl der Lesestrategien oder Lesestile ganz zentral ist und demnach liest man besser, wenn man in der Lage ist, diese unterschiedlichen Lesestile miteinander zu verbinden und zu integrieren. Julie Coiro nennt das Self-Regulated Reading Cycles of Choices und meint damit, dass Lesekompetenz stark davon abhängt, wie sehr man in der Lage ist, den Lesestil immer an die ständig sich verändernden Lesebedürfnisse anzupassen. Dabei wechselt man zwischen diesen Lesezyklen hin und her. Oberflächliches Orientierungslesen wird bei Bedarf ganz bewusst mit Deep Reading abgewechselt, wenn man in eine Materie dann mal tiefer eintauchen will. Das Wechseln zwischen Lesestilen und Strategien ist eine Kompetenz, die beim Lesen auf Papier natürlich genauso wichtig ist. Beim Lesen am Bildschirm aber mit einer höheren Frequenz durchgeführt werden muss. Und je höher die Flexibilität, die unterschiedlichen Lesestile zu integrieren, desto effizienter und erfolgreicher komme ich zu meinem Leseergebnis. Zusätzlich zu dieser sehr aktiven und flexiblen Rolle beim Lesen muss ich aber auch als Online-Lesende pausenlos die Verlässlichkeit der Quellen evaluieren, zu denen ich durch Hyperlinks oder Suchergebnisse geschickt werde. Was dabei als glaubwürdige und adäquate Quelle für das jeweilige Leseziel gilt, ist natürlich unterschiedlich, nicht immer leicht zu beantworten. Studien aus den letzten zehn Jahren haben gezeigt, dass die Kompetenzen beim Beurteilen von Quellen höchst unterschiedlich sind. In einigen Studien findet man heraus, dass selbst Studierende nicht weiter suchen als bis zu den ersten drei oder vier Links in ihren Suchergebnissen. Einige haben Probleme, den notwendigen Abstraktionsgrad oder die notwendige Detailinformation für eine Suchanfrage richtig einzuschätzen und finden so bei einer Informationssuche vermeintlich gar nichts. Eine weitere Kompetenz, die unter Studierenden nicht weit genug verbreitet ist, ist das richtige Einschätzen des Kontextes, aus dem Information gezogen wird, ob der jetzt passt oder nicht. Diese Kompetenzen sind auch relevant für eine klassische analoge Informationssuche. Aber wieder, das Internet durch seine schier endlosen Mengen an Materialien und seine demokratischen Strukturen erfordert einen wesentlich höheren Grad an Selbstorganisation, kritischem Denken und Aufmerksamkeit. Die demokratischen Strukturen im Internet heißen ja nichts anderes, als dass ohne Kontrolle alles veröffentlicht werden kann und die Verwenderinnen abschätzen müssen, ob eine Quelle und ihre Information verlässlich ist oder nicht. Zur Empfehlung, wie man ein guter Online-Leser beziehungsweise eine gute Online-Leserin wird, empfiehlt Julie Coiro Forgenes. I believe the most successful readers are those who actively and flexibly regulate, integrate and adapt their use of digital reading, writing and communication strategies within a multitude of digital contexts, who approach online reading tasks with an expectation that literacy contexts and their associated context cues will rapidly change in ways they cannot imagine, and who demonstrate resilience, cognitive flexibility and a self-directed confidence in transforming strategies used in more familiar contexts into new strategies that are more useful in less familiar literacy contexts. Es ist kein Zufall, dass in dieser Anforderungsliste der Begriff flexibel gleich zweimal vorkommt. Erfolgreiches Online-Lesen verlangt mehr noch als Offline-Lesen eine große kognitive Flexibilität. Die brauche ich aus zwei Gründen. Erstens muss ich die unterschiedlichen Lesestrategien und Stile kontinuierlich an die Bedürfnisse des Leseziels anpassen und zweitens tue ich mir leichter, wenn ich Kompetenzen, die ich in schon bekannten Kontexten eingesetzt habe, in neuen Kontexten verwende, um zum erwünschten Ziel zu kommen. Je flexibler Sie also Ihre Lesestrategien einsetzen, desto besser werden Sie beim Online-Lesen. Coiro und andere WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Lesen beschäftigen, machen immer wieder klar, die Anforderungen des digitalen Lesens entwickeln sich ständig weiter und dementsprechend müssen sich auch die Lesekompetenzen mitentwickeln. Das ist vor allem bildungspolitisch relevant und im Zuge der Digitalisierungsoffensive an österreichischen Schulen wird es auch wichtig sein, diese Kompetenzen zu berücksichtigen. In der Theorie ist diese Bereitschaft jedenfalls schon zu erkennen. Ein wichtiger Punkt in digitalen Lesekompetenzen, den ich schon angesprochen habe, ist die kritische Medienkompetenz, auf Englisch oft als Critical Literacy bezeichnet und dazu komme ich in meinem nächsten Abschnitt.